Radio 90.4 Radio 90.4, Musik, die Spaß macht. Wir heißen Sie herzlich willkommen bei Radio 90.4. Bitte legen Sie Ihre Anschnallgurte an, wir starten bald. Morgen nur noch ein Tag. Radio 90.4, Nachrichten, das Neueste aus Deutschland und der Welt. Mit Harry Perlinger, guten Morgen. Radio 90.4, das Wetter. Das Wetter heute an diesem Freitag, viele Wolken sind über uns. Wir müssen am Vormittag auch immer wieder mit Regenschauern rechnen. Am Nachmittag lockert es dann auf und die Temperaturen liegen heute zwischen 19 und 21 Grad. Heute Nacht bleibt es trocken und die Werte gehen runter bis auf 14 Grad. Das Wochenende, der Samstag, Sonntag, Sonne und Wolken und das bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Radio 90.4, Verkehrsservice. Präsentiert von der Bremer Straßenbahn AG. Ihre Mobilitätsanbieter. Fahren Sie jetzt bundesweit mit dem 9-Euro-Ticket. Einen schönen guten Morgen auf die Straßen. Uns liegen noch keine Verkehrsstörungen vor, ihr habt überall freie Fahrt. Radio 90.4 Korte am Morgen. Präsentiert vom Autohaus Gerdes in der Bremer Straße in Delmenhorst. Mit uns startet ihr gut in den Tag. Und das um kurz nach 6. Radio 90.4. Ja, wir haben umgestellt. Es ist soweit. Seit heute Nacht 0 Uhr laufen bei uns jetzt Schlager, Popschlager und Deutschpop. Das ist die Musikrichtung, mit der wir jetzt weitermachen werden hier bei Radio 90.4. Ich hoffe, euch gefällt das genauso mit Schlagern und Popschlagern und Deutschpop. Eine ganz andere Musikrichtung gibt es bei uns hier nur einmal in der Region. Also, ich wünsche erstmal einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Korte. Radio 90.4 Ich wünsche erstmal einen schönen guten Morgen. Und das mit ihm, mit Andi Borg. Schenk mir eine Sommerliebe. Kommt gut in den Tag. Radio 90.4 Musik, die Spaß macht Radio 90.4 Die Region sind wir Radio 90.4 Mit uns geht's durch euren Tag. Vom Aufstehen, die Arbeit bis in den Feierabend. Jeden Tag, den ganzen Tag. Radio 90.4 Musik, die Spaß macht. Radio 90.4 Lokalnachrichten. Das Neueste aus der Region. Jetzt wird's kultig. Die Radio 90.4 Retro Rille. Hits mit 100% Kultfaktor. Ja, Benni Skateboard. Man muss auch die Namen jetzt mal öfter erwähnen, damit wir so ein bisschen reinflutschen überhaupt in unser neues Musikprogramm Schlager, Popschlager, Deutschbop. Seit heute zu hören. Ihr Bulli war zu eng. Er machte plötzlich pengen. Und was man dabei sah, das war oh la la la. Das war oh la la la. Radio 90.4 Musik, die Spaß macht. Radio 90.4 Von Oldenburg bis Bremen und von Bracke bis Wildeshausen. Musik, die Spaß macht. Radio 90.4 Musik, die Spaß macht. Musik, die Spaß macht. Radio 90.4 Musik, die Spaß macht. Radio 90.4 Radio 90.4